Für alle, die nicht jeden Tag etwas mit Philosophie zu tun haben, möchte ich mal ein Wort zur Philosophie sagen in diesem Video. Wir alle denken die meiste Zeit des Lebens nicht wirklich über etwas nach, sondern wir spulen bloß bekannte und erlernte Muster ab. Und das ist auch gut so, denn wir können nicht jeden Tag das Rad neu erfinden und uns alles neu zusammenreimen. Aber das hat auch seine Gefahr, denn diese Selbstverständlichkeiten, diese Denkgewohnheiten, mit denen wir umgehen jeden Tag, die uns den Alltag strukturieren, die werden mit der Zeit zu unserem Gefängnis. Irgendwann können wir uns gar nicht mehr vorstellen, wie es wäre, die Dinge anders zu betrachten oder gar noch etwas anderes zu tun. Und genau an der Stelle braucht es dann die Philosophie. Wer philosophiert, will eigentlich nur wissen, ob die Denkgewohnheiten, die er hat, die Handlungsgewohnheiten, die er hat, gute Gründe für sich haben oder ob sie eben bloße Gewohnheiten sind, die man irgendwann mal so angenommen hat und eben immer weiter betrieben hat. Nur wenn man diese Reflexion gelegentlich mal einschiebt, kann man sich fragen, ob man eigentlich auf dem richtigen Weg ist. Philosophieren bedeutet für mich, seine eigene Freiheit zu verteidigen gegen die Macht der Gewohnheit und gegen die Macht der Anforderungen, die andere Menschen an uns stellen. Und in diesem Sinne ist Philosophie überhaupt keine Expertentätigkeit. Das macht jeder, denn es ist eigentlich eine geistige Funktion von jedem Menschen, der sein Leben selbstbestimmt führen will. Und weil ich eben glaube, dass unsere Industriegesellschaft gerade dabei ist, an ihren unreflektierten Gewohnheiten zugrunde zu gehen, habe ich eine Philosophie für die Arbeitswelt geschrieben. Ich spüre in dieser Philosophie den Grundbegriffen und den Mustern nach, nach denen die Industriegesellschaft organisiert ist und nach denen sie uns organisiert und unser Leben strukturieren will.